Willkommen zu Fortnite Catch Me. Das Ganze ist in 1 gegen 1 Format, in diesem Fall gegen Chauncey. Und es läuft so ab, dass wir beide in dieselbe Public-Runde reinqueuen, aber als Solos. Und Chauncey ist in diesem Fall der Auftragshunter und muss es schaffen, mich in dieser Runde zu finden und mir einen Pickaxe-Hit zu geben, dann gewinnt er. Stirbt er aber bei dem Versuch oder wir kommen in die Top 2 und ich töte ihn, gewinne ich die Runde. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr lustiges YouTube-Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Format findet. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Abfahrt. Ich würde sagen, wir laden einfach sehr, sehr abgelegen. Ja, gib den Call. Mir ist egal. Links, links, links von Lavisch. Ja, ja. Ja, okay. Wieso kommen so viele Leute mit? Warte mal, wo bist du denn? Ich bin links, ja. Ah, hier bist du. Ja, ja, ja. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich habe dich auch dropped, Pro. Nein, nein, nein. Ich habe dich auch dropped hier. Darf ich mir Schild kaufen? Ja, kannst du machen. Ich habe jetzt auch voll Schild. Warte mal, heute musst du mich jagen, ne? Ja, ja, ja. Ei, 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 ei. Ja, oder wir können es auch anders machen, wie du willst. Nein, nein, nein. Ich finde das schon geil, so. Und by the way, ich darf auch übrigens sein Auto zerstören und sowas, ne? Ganz klar. Okay, wir machen aber das gleich wieder mit Pirxen, ja. Okay, erklär. Genau, ab, ab, genau. Also, so Jungs. Magic, lauf. Ja, achte Scheiße. Du hast fünf Sekunden Zeit. Okay, ich gehe direkt hinterher. Oh mein Gott, vielleicht kriege ich noch einen Reifen. Nein! Hier vorne war irgendwo ein Auto. Ich habe hier irgendwo ein Auto gesehen. Wo war das Magic, sag mal kurz. Das war hinten. Das war richtig reckless, so rüber. Äh, noch eine Sache muss man dazu sagen. Wir sind live und der Chat darf mir helfen. Der Chat darf mir zu jeder Zeit sagen, wo Magic denn sich aktuell befindet. Um, äh, damit ich, weil sonst bin ich die ganze Zeit nur lost am durch die Gegend laufen, ne? Geht gerne zu Magic und rüber ins Team und sagt mir, wo er aktuell ist. Ich kann dir sagen, wo ich bin. Ich bin ruined Reels fast. Äh, ruined Reels. Mhm. Dann brauchst du dein Chat nicht helfen. Ich kann dir einfach sagen, wo ich bin. Das ist viel einfacher. Ist das richtig? Tilted Towers, danke. Halt rein, ich bin ruined Reels fast. Ja, das ist ja. Wir müssen am Anfang gleich ein bisschen reintriggern. Einfach ein bisschen reintriggern. Sehr gut. Also, by the way, Chat, ihr dürft mir auch schreiben, wo er ist, ne? Oh mein Gott. Äh, ich hab noch ein Lama gefunden, Flo. Ich hab einfach Cap, 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 Mats. Ist das unlucky wirklich, du kleines Arschgesicht. Oh mein Gott, Chat. Hör auf damit. Hör auf damit. Geh weg von mir. Oh mein Gott, wirklich. Ich hab schon irgendeine Nervensäge hier. Oh mein Gott, ich werd abgeschossen. Ja, geh down. Ich werd gefeilt. Geh down. Du weißt, dass du die Runde verlieren wirst, oder? Nee, nee, nee. Sag mal ganz kurz, wie geht's dir dein Falt? Digga, er fällt mit meinem Auto weg. Nein. Chat, ich bin muted. Ist das smart, dass ich hier im Zug stehe? Ist das schlau? Ist das schlau, am Zug drauf zu bleiben? Ich weiß es nicht. Ich bin halt die ganze Zeit in Bewegung. Das hat eigentlich schon Vorteile, oder nicht? Aber es soll auch ein leichter Callen, ne? Es muss nur ein 31er sein, der bei ihm reinschreibt. Er ist am Zug und ich bin sofort raus. Das Ding ist over für mich. Ich hab komplett... Oh mein Gott. Wissen Sie? Oh mein Gott. Wie geht's dir so? Wie geht's dir auf dem Zug? Es leben halt nur noch 24 Leute. Was ist da los? Was für ein Zug? Warst du ehrlich auf dem Zug, so ehrlich? Vielleicht. Ist dir eigentlich bewusst, dass nur noch 22 Leute sterben müssen, dann hab ich gewonnen? Nein, du musst mich ja da töten. Ja, das ist ja krass geworden. Achso, du meinst... Ah, okay. Du meinst... Du meinst nur, weil du jetzt hier mal den einen oder anderen Fight mal gegen mich gewonnen hast, dass du jetzt hier jedes Mal gewonnen gegen mich gewinnst, oder was? Ja, gut zusammengefasst. Meinst du nicht? Ja, nö. Meint ich nicht. Okay, ja, hab ich... Ich mein das glaub ich auch nicht, weil ich hab noch nicht mal ne Waffen in uns, ha? Bist du so einer, der so alles dabei hat? Was meinst du mit alles? Der so Mobility. Und würd's dich nerven, wenn ich was dabei hätte? Nö, nö, alles gut. Das ist komplett... Kannst du machen, wie du bist. Ich bin da leidenschaftslos, mein Besser. Gut, dann wird mir das geklärt. Bist du gerade zu Fuß oder im Auto oder... Wie bist du gerade unterwegs? Gerade mach ich halt ein... Der Fußbus ist unterwegs gerade bei mir, sag ich. Ah, würdest du sagen, du holst mich damit ein? Der Fußbus hat keine Bremse, sag ich dir. Okay. Wie geht's in deiner G-Klasse? Hast du die ausstatten lassen oder sagst du... Die ist in Vollerschatten, ja. Sogar mit Unterbodenbeleuchtung. Unterbodenbeleuchtung, okay. Wie geht's dir bei den Drohnen da hinten? Ich hab noch kurz eine Frage, Schonzi. Sorry? Äh, lebt der Bot im Fencing eigentlich noch? Äh, weiß ich nicht. Bin ich im Fencing? Achso. Ne, ich wollte nur wissen, weil ich bin ja im Fencing und dann kannst du mir nicht beantworten. Achso, bist du wirklich im Fencing? Ja, also ich hab... Ich tu mir manchmal ein bisschen schwer mit Namen lesen, aber das können schon Fencing sein hier, ja. Okay, wieso schreibt dein ganzer Chat nein? Naja, wie gesagt, ich tu mir ein bisschen schwer mit Namen lesen. Achso, achso, achso. Manchmal kann ich dir nicht so ganz im Ziffern, was da genau steht auf meinem Bildschirm. Weißt du, was auch ein Lucky ist? Äh, das schon Top 17 ist. Weißt du, was ich für ein Problem hab, dass ich einfach nie weiß, wo die Spots auf der Map sind. Muss immer Map aufmachen, wenn er nicht schauen will, wie die Stadt da ist, weil ich einfach nicht weiß, wo die Städte da ist. Ich bin ja auch ganz ehrlich, ich bin die ganze Zeit nur an Map gucken, weil die ganzen Leute immer was reinschreiben, da ist er, da ist er, da ist er. Und ich weiß die ganze Zeit, wo ist dieser Drecksort? Aber ich glaube... Chat, wo ist er? Ich brauch ein Update. Er verzug unterher. Das ist Faker, glaube ich, oder? Weißt du? Okay, was sagt dein Gefühl? Ich tue mir richtig schwer mit Gefühlen, die in Vorhörung zu passen, weißt du? Ja, okay. Deswegen, ich bin dann eher so einer, ich behalte die Gefühle meistens lieber für mich und rede die nicht so gern aus, weißt du? Okay, aber es ist vielleicht auch besser, wenn du die ausreden würdest, weil dann könnte ich dir ja sagen, dass ich nicht dort bin, wo du mich vermutest. Oh scheiße, wer ist er denn? Wie geht's dir in Snooty? Äh, was? Wie geht's dir in Snooty? Bin ich in Snooty? Nicht? Willst du sagen, kurze Frage, würdest du sagen, ist es bei dir? Wow, 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 ist es... Äh, nee, aber es ist bei mir sehr brenzlig gerade. Ach, du heiliger Bim Bam, hör auf damit. Das wär's er. Oder, ist das scheiße? Was denkst du denn? Oh mein Gott, ist das ne Kacke hier. Ah, warte mal. Hast du gar einen blauen Spieler getötet, der zufällig oder gesehen? Ja, vielleicht. Ah, ich weiß genau, wie du meinst. Ich häng dir so an deinem Fuß. Nö, 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 tust du gar nicht. Ich weiß ja, wo du bist, aber du weißt nicht, wo ich bin. Oh mein Gott, ich werd gesnipet. Oh, ja, der snipet bis am Berg, oder? Am kleinen Berg snipeter. Ist nicht so geil, da oben, ne? Bei der Drohnenfabrik. Ich komm, ich kusche ihn jetzt. Ey, nicht jetzt, wenn ich der jetzt hätte er snipet, dann bin ich raus. Digga, ist das ein scheiß Ernst? Jetzt zieht er durch. Egal, er hat sein Auto da gelassen, perfekt, Digga, komm. Ja, wenn du schon mal dort bist, kannst du mir von den Drohnen ein bisschen Items mitnehmen? Da kommen wir immer gute Sachen raus eigentlich. Ja, was wir gerne haben. Digga, top 10. Vielleicht liegt das einfach daran, weil ich mich gut verstecken kann. Ich kann mich halt an meine Umgebung anpassen. Ist er das da hinten, Chat? Ist er das da im Buildfight? Ich glaube, das ist er, oder? Pass mal auf im Buildfight, nicht runterfallen, sonst stirbst du von Foul Damage. Nur jetzt. Komm, Digga, nicht, hol ich mir jetzt einfach. Digga, ist es weggegrabbeld oder was? Ah, nee. Komm, Ticket, triggert mich. Was macht er gut? Oh nein. Wo ist er? Ja, jetzt ist er weg, Alter. Noch nicht so geil bei dir? Nee, sieht überhaupt nicht gut aus, Chat. Aber mein Chat ist auch komplett verloren. Ja, ja. Okay, Chat, troll dich nicht mehr, troll dich nicht mehr. Nicht mehr trollen jetzt, nicht mehr trollen jetzt. Schreibt ihm wirklich mal die Wahrheit, weil er ist so weit hinter mir. Er schafft es ja gar nicht mehr, irgendwie einzuholen. Gib dir mal ein paar Tipps, wenn es sein muss sogar. Ich kann damit umgehen. Ich kann jetzt die Leute nicht verhalten. Ich muss den Floh suchen. Es sind nur die Top 8 hier. Meine Güte, es gibt es nicht. Nein, ich habe gar keine Zeit mehr. Ist so geil. Scheiße, was machen wir da jetzt? Jetzt läuft mir einer hinterher mit dem Grabbler und snipet mich. Ich hoffe, das ging. Guck, vielleicht find ich. Chat, wo ist er gerade? Ist immer noch da hinten irgendwo. Ich habe irgendwie das Gefühl, er ist gleich tot. Ich habe irgendwie das Gefühl, er ist gleich tot und ich habe die Runde gewonnen. Weil er drohen ist, ja. Let's go. Oh mein Gott, er holt sich den Kill. Top 7. Oh, und er hat wieder, ja. Ja, er hat was für mich dabei. Let's go. Hast du einen Grabbler bekommen? Wer weiß das schon, sage ich immer, weißt du? Wer weiß das schon? Vielleicht habe ich jetzt so das ein oder andere Zeug dabei. Okay. Wirst du behaupten, dass du eine Medaille und gehst gerade in die Zone rein, Richtung Insel? Äh, nee, würde ich nicht sagen. Bist du dir ganz sicher? Wirst du sagen, warte ich oben bei dem Pet oder so? Nee. Okay, dann ist alles gut. Vielleicht doch. Alter, das war absolut geil. Wirst du sagen, die zwei Impulse in der Grappler werden dir gleich den Arsch retten? Glaubst du, wenn du hier bei mir on Steam die ganze Zeit im Chat bist, bringst du dir was? Ich in deinem Chat bin ich nicht. Aber wir werden halt einige Sachen hier sehr nah ans Herz gelegt die ganze Zeit. Okay. Ja. Wie nah ist dir ans Herz gelegt? Äh. Wie nah ich dir ankomme? Ja? Wie nah? Wie nah willst du es haben, Flo? Wie nah willst du es haben, Flo? Wie nah? Komm jetzt her. Ja. Ja, Flo. Ja. Du bist jetzt lang genug weggekommen. Gar nichts bekommst du von mir. Gar nichts bekommst du. Oh, das war minus ein Impuls. Oh, das ist noch ein Impuls. Das ist noch ein Impuls. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, oh. Kein Impuls mehr. Ja, ja, ja. Alles gut. Alles gut. Wieso? Hä? Ich glaube, du. Wieso fährst du so langsam, Flo? Das war einer von Lamm und das weggeborgt. Das ist Gamebug gewesen. Fortnite. Dre Impuls hast du noch. Oh, oh. Flo. Ja, willst du denn mein Name? Oh. Über dir ist einer, Flo. Über dir ist einer. Über dir ist einer. Das macht gar nichts. Oh mein Gott. Ich bin da auf die Insel hoch. Nein. Oh mein Gott. Da war du. Oh mein Gott, er riftet. Auch noch in Zift reingekommen. Ich kann es ruhig machen. Ich habe da kein Problem mit. Ich habe da kein Problem mit der Insel. Chat, ich habe ihn verloren. Wo ist er hingeflogen? Chat, wo ist er hingeflogen? Richtung Yacht. Ah, ja, ja, ja. Chat, ich mache Möglichkeiten. Ich habe keine Ideen mehr. Ich habe keine Autos und gar nichts. Ich habe nur noch hier unten die scheiß zwei Chambits, die mir gar nichts bringen. Oh nein, du bist abgeschossen, Flo. Oh nein. Oh, er geht aufs Pad. Interessant. Hallo. Oh, oh. Du willst, dass du ein Tor hat? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Ja, nein. 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 Komm her. Nein. Komm her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist geweckt von mir. Oh mein Gott. Ich war jetzt mit dem Motorrad, Flo. Hier geblieben. Wo willst du dein? Noch ein Motorrad? Ja. Nein. Ja, 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 ja. Flo, du kommst jetzt her. Du kommst jetzt her. Hol dir her. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wieso schießt es auf mich? Hä, ja, ja, schießt es auf mich. Schießt es auf mich. Hol dir her. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wieso schießt es auf mich? Falscher Spieler. Nein, nein. Mein Motorrad ist kaputt. Ja, nein, nein, nein. Ja, das macht er richtig gut. Gar nicht gut. Alter, was hast du? Oh mein Gott, jetzt fällt er da mit der Zip Line weg. What? Egal, egal. Wir müssen uns kurz schütteln, chat. Wir dürfen jetzt nicht down gehen. Das ist wichtig. Sie haben immer noch Zeit. Es sind immer noch fünf Spiele am Leben. Darf ich noch nicht fighten? Oh, jetzt hier ein Medkit oder irgendwas, chat. Alter. Oh no, oh no, chat, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo bin ich, 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 er werde mich niemals finden. Ich bin in einem Build Fight in der Holzbox. Der Build Fight besteht nur aus Holz. Er kann nicht wissen, wo ich drin bin. Chat, wo ist er? In Zone? Ja, das bringt mir gar nichts, chat. Da müssen wir schon genau sagen, wo ist er, chat. Ich kann es noch gar nicht einschätzen. Oh mein Gott. Wie geht es dir gerade so? Mir geht es super. Wie geht es dir? Auch sehr gut. Soll ich dir mal einen kleinen Tipp geben, damit es ein bisschen fairer wird? Soll ich mal nach oben gucken? Nee, aber bei mir trampelt jemand sehr laut. Digga, da steht einfach in so einem dicken Build Fight drin. Egal, ich warte drauf, bis du die Zone kommst. Top 4. Ich darf den Typ einfach nicht fighten, der letzten, ne? Weil du darfst ja auch nicht fighten. Ja, dann muss sehr wohl ich fighten. Okay, mich geht es einfach vor, chat. Egal, der Typ snipet mich die ganze Zeit, Digga, ich kriege so eine Krise. Auf mich zu snipen, Arschgesicht. Ja! Okay, wer ist das hier? Okay, das bist du nicht. Digga, ich sehe jeden außer dich. Vielleicht lebe ich gar nicht mehr und verarsche ich die ganze Zeit nur. Warte, mein Pils. Ich muss jetzt eine Sache kurz erledigen. Den muss ich kurz holen. Boah, den Refresh. Kommst du her? Richtig. Wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott. Kommst du her? Okay, okay, okay. Jetzt muss ich die finden. Okay, Stop 4. Gut. Der hat da auch keine Mets. Was ist das für eine Scheiße? Das ist Fortnite, was wir gerade spielen, by the way. Keine Scheiße, das ist Fortnite. Wie gefällt es dir in deiner Doppelbox? Kommst du her? Wie gefällt es dir in deiner Doppelbox? Kommst du her? Kommst du her, Flo? Hey, das wirst du gar nicht. Was? Nee. Nee. Ja. Ja. Was? Das ist ein anderer roter Skin einfach. Ja. Das ist ein anderer roter Skin einfach. Warte, Mann. Ja. Ich muss mich jetzt hier was testen. Wo bist du? Wo bist du? Wo zum Bumpst treibst du dich rum? Nee, jetzt werde ich abgesprayt. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Anapir, ich bin tot. Außerlob. Perfekt, Digga. Ja. Oh mein Gott. Ihr seid ja komplett kacke, ne? Ihr seid wirklich komplett kacke, Ted. Oh mein Gott. Der Ted hat nichts gebracht, diese Runde. Oh mein Gott. Du weißt gar nicht, wie ich mich versteckt habe vor dir. Ted hat nichts gebracht, Digga. Meine Fresse. Können wir mal kurz. Motz, alle die jetzt treu'n, ne? Und irgendwie geile Tils, die uns das reinschreiben, einfach alle Timeouten. Scheißegal, im Zett. Wird ich gar nicht. Super. Shit on. Easy. Mit dir. Ja, aber ich muss noch sagen, ich hab's noch gut gemacht. Gerade am Ende, wo du gepattet bist, ich bin den ganzen fremden Buildings rumgelaufen. Ja, weil ich sag, ehrlich, einmal war schon alles auf Grundeisen, als ich da gecoutet hab. Als ich gecoutet hab. Ja, also da hat es vorbei sein können, ja. Bis zum nächsten Mal.